ha 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 werden jetzt Cases öffnen irgendwie konnte man das doch mal okay wir haben exakt 5 Keys für diese neuen grünen Kisten und das heißt wir werden jetzt auch 5 öffnen hier sehen wir die Waffen die wir alle drin haben könnten ich bevorzuge natürlich diese diese und diese aber ist ja jedermanns Sache und wir fangen an oh ich hab die rote schon gesehen nein oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott was oh mein Gott nein nein nee nee boah ich hab schon was oh Alter Gabe meint es gut mit mir Alter Gabe meint es gut oh nein bleib da oh egal die sieht ein bisschen verkratzt aus einsatz einsatzerprobe oh ich zittere gerade so Alter komm schon Gabe es gibt mir wieder Müll Alter einmal Glück gehabt oh scheiße oh scheiße nee alter geil wir haben zwar noch drei Cases aber ich hab nur zwei Schlüssel ich hab nur zwei Schlüssel ne XM 10 14 aber jetzt hat der mir endlich das knife gegeben es ist mein erstes knife und ich hab schon X Kisten geöffnet äh die los geüb ne CZ okay hiermit meine Freunde bedanke ich mich fürs zugucken Alter geil und subscribe bei mir wäre richtig geil es kommen noch weitere Videos wahrscheinlich auch CSGO lasst ein Like da wenn es euch gefallen hat ich will die Likes droppen sehen für dieses geile Knife und wir sehen uns im nächsten Video ciao bis zum nächsten Mal